Nach einigen Monaten habe ich mit meinem YouTube-Kanal schon mehr pro Monat verdient als zum Beispiel ein verbeamteter Lehrer. Wie krass ist das bitte? Ich dachte früher immer, dass man dafür auf jeden Fall Sponsoren braucht, Produktplatzierung oder halt wirklich sehr viele Abonnenten. Aber nein, dem ist nicht so. Ich spreche heute wirklich nur von dem Geld, das ich direkt von Google bekomme, automatisch für meine Videoaufrufe. Selbst das ist schon richtig viel Geld. Und weil ich finde, dass man über Geld offen sprechen sollte und ich es ja letztlich euch Zuschauern zu verdanken habe, gebe ich euch heute eine komplette Tour meiner YouTube-Statistik. Behaltet dabei aber natürlich im Kopf, dass das kein reiner Profit ist, sondern dass ich davon noch meine Kameraausrüstung, meine Softwareabos und inzwischen auch meine gelegentlichen Assistenten bezahlen muss. Außerdem sind alle Angaben in Brutto, das heißt da geht noch einiges an Steuern ab. Apropos Steuern. Ich muss gestehen, ich habe mich mit dem Thema sehr lange gar nicht beschäftigt. Ich habe auch für meine Nebenjobs während des Studiums nie eine Steuererklärung gemacht. Wäre ich gar nicht auf die Idee gekommen. Da bin ich ja auch absolut nicht der Einzige. Laut dem Statistischen Bundesamt machen fast die Hälfte aller Steuerpflichtigen einfach gar keine Steuererklärung. Obwohl die aller, aller, aller meisten von denen, die eine machen, tatsächlich Geld wiederbekommen und zwar im Durchschnitt 1.051 Euro. Zumindest war das die Zahl von vor ein paar Jahren. Quelle ist in der Beschreibung. Inzwischen ist es wahrscheinlich noch ein bisschen mehr. Wenn du also dieses Geld auch gerne wieder hättest, dann guck dir mal Taxfix an. Die waren nämlich cool genug, das heutige Video zu sponsern. Danke dafür. Und die haben eine richtig geniale App. Mit Taxfix kannst du nämlich eine Steuererklärung einreichen, ohne irgendwas von Steuern zu verstehen. Nur indem du ganz einfache Fragen beantwortest. Der gesamte Prozess dauert ungefähr 22 Minuten. 22 Minuten für 1.051 Euro. Kann man echt nichts sagen. Mach also nicht den gleichen Fehler wie ich damals. Ich habe damals Geld verschenkt, sondern nimm dir kurz die Zeit. Egal ob du Arbeitnehmer, Student oder Azubi bist. Du hast nichts zu verlieren. Denn so ist das Konzept von Taxfix. Du zahlst nur, wenn du auch wirklich Geld wiederbekommst. Nur wenn du mindestens 50 Euro wiederkriegst. Im Schnitt wird es wahrscheinlich mehr sein. Dann wird die Gebühr von 39,99 abgezogen. Beziehungsweise sogar noch weniger. Denn mit dem Gutscheincode Niklas, alles groß geschrieben, kriegst du darauf sogar noch mal 15% Rabatt. Und übrigens, du kannst die Steuererklärung für die letzten vier Jahre noch rückwirkend einreichen. Kann also gut sein, dass da gleich mehrere tausend Euro auf dich warten. Daher Taxfix, die App, die ich damals leider noch nicht kannte. Link ist in der Beschreibung. Das war ein Werbeblock, für den ich natürlich eine Bezahlung ausgehandelt habe. Wir gucken uns jetzt mal an, wie viel ich zusätzlich direkt von Google für meine Videos bekomme. Wir starten gleich mit einem ganz besonderen Monat, den ich nie vergessen werde. Das war der November 2020, der fünfte Monat meines YouTube-Kanals. Ich habe den Kanal Ende Juni gestartet. Und als ich dann Ende November zurückblickte, war ich wirklich geschockt, was ich da in meinen Statistiken sah. Wir sehen, ich bin hier also in der Analytics-Übersicht von YouTube. Ich habe direkt den November 2020 hier eingestellt, also 1. November bis 30. November. Und wir sehen sage und schreibe über eine Million Aufrufe, die ich in diesem fünften Monat auf YouTube, das muss ich immer wieder betonen, da erhielt. Und was natürlich vor allem die meisten hier interessieren, wird 5.214 Euro, die ich direkt von Google nur in diesem Monat ausgezahlt bekommen habe. Das sind wirklich YouTube-Werbeeinnahmen auf einer Skala, die ich mir nicht hätte vorstellen können. Man muss aber natürlich auch sagen, dass das ein besonders guter Monat war. Und wir werden gleich sehen, wie das noch rauf und runter geht. Und man muss auch sagen, dass es ein besonders produktiver Monat war, meinerseits. Wir sehen, ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5, okay, das sind 2 Livestreams, 6 und nochmal 2 Livestreams. Also 6 Videos und mehrere Livestreams in einem Monat gemacht. Hinzu kommt natürlich auch noch, das kann man hier unten sehr schön sehen, dass unter den Videos, die besonders gut performt haben, gar nicht nur Videos aus dem Monat waren, sondern auch ältere Videos hier, 218.000 Aufrufe allein mit dem alten Lernmethoden-Video. Dieses Video, genau wie einige andere meiner älteren Videos, werden bis heute regelmäßig immer wieder aufgerufen, aber natürlich nicht ganz so viel wie damals. Und es kommt eben auch sehr darauf an, wie viele neue Videos man weiter veröffentlicht. Wenn wir uns das Ganze jetzt also mal für den letzten Monat angucken, also für den Mai 2021, ich nehme das hier am 28. Mai 2021 auf, da können wir hier klicken, die letzten 28 Tage. Und da sehen wir nämlich, ich habe mich viel auf meinen Job bei Facebook konzentriert und private Angelegenheiten. Ich habe zwar hier einige Livestreams gehabt, die bringen aber generell nicht so viel Geld. Das können wir uns auch noch mal im Detail angucken und nur ein Video veröffentlicht. Das dann entsprechend auch nicht ganz so gut gelaufen ist, wie einige der älteren Videos. Und ich habe dann auch nur 1200 Euro hier verdient und nur 284.000 Aufrufe insgesamt. Wir sehen auch hier, profitiere ich immer noch durchaus sehr von den alten Videos, insbesondere Lernmethode und in letzter Zeit sehr viel auch diesem Programmieren-Lern-Video. Das haben viele von euch geguckt. Viele von euch sind vielleicht auch deshalb jetzt auf den Kanal gekommen und gucken dieses Video. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wenn das so ist. Aber man kann sich eben nicht komplett darauf ausruhen. Und ich merke auch, wenn ich ganz viele Videos in einer kurzen Zeit produziere, dann werden insgesamt alle meine Videos auf dem Kanal, auch jedes einzelne mehr geguckt. Gerade weil die monatlichen Zahlen also so stark schwanken, ist es jetzt natürlich besonders spannend, sich mal anzugucken, was ist denn insgesamt aus dem Kanal rausgekommen. Hat sich das insgesamt gelohnt? Gucken wir mal hier Lifetime. Da sehen wir 19.482 Euro. Habe ich mit dem Kanal seit letztem Sommer verdient, ausgenommen Sponsoren und andere Einnahmequellen. Das ist auf jeden Fall nicht von schlechten Eltern, würde ich sagen. Auch wenn ich mit noch mehr Videos da noch ein bisschen besser das Momentum hätte reiten können und da noch etwas mehr rausholen hätte können. Aber da habe ich dieses Jahr auch noch durchaus Großes vor. Ein bisschen unübersichtlich ist das hier dargestellt, weil YouTube immer denkt, ich habe 2011 angefangen. Das muss darin liegen, dass mein YouTube-Konto bereits 2011 bestand, aber nicht im Sinne eines YouTubers, sondern einfach im Sinne eines YouTube-Guckers. Wir können das also einmal ein bisschen übersichtlicher machen, indem wir hier ein Custom Start Date angeben, und zwar den 21. Juni 2020. Das ist der Tag, an dem ich mein erstes Video hochgeladen habe. Und dann sehen wir hier, wann ich Videos veröffentlicht habe und wie das hier so rauf und runter geht, wenn wir vor allem mal in den Revenue-Tab gehen, dann kann man hier nämlich auch immer die täglichen Einnahmen sehen. Da sehen wir hier 88 Euro am Tag, kann man dann mal 30 nehmen und sieht so ein typisches Monatsgehalt. An extremen Tagen 415 Euro an nur einem Sonntag, nur durch YouTube-Einnahmen. Wenn das immer so wäre, dann wäre das schon sehr, sehr viel Geld. Aber wir sehen, dass es auch in, sagen wir eher schlechten Zeiten, immer so bei 60, 70 Euro bleibt. Und jetzt zuletzt noch mal ein bisschen runter ist auf sogar nur 40 Euro, in Anführungszeichen, weil ich wirklich kaum Videos veröffentlicht habe. Aber so 60, 70 Euro pro Tag ist da auf jeden Fall realistisch, wenn ich ein Video pro Woche veröffentliche und die nicht mal besonders viral gehen. Wenn sie mal viral gehen, dann ist, wie man hier sieht, auch deutlich mehr drin. Entsprechend hier auch die Monatsübersichten. Man sieht so ungefähr 2.000 bis 3.000 Euro pro Monat sind da auf jeden Fall drin. Und interessant hier auch, wie viel die einzelnen Videos, die lukrativsten Videos mir gebracht haben. Da sieht man, die Lernmethode ist nur auf Platz 2, weil ich sehr spät den Kanal erst monetarisiert habe. Ich hatte schon 30.000, über 30.000 Abonnenten, glaube ich. Und das Lernmethoden-Video hatte schon sehr, sehr viele Aufrufe angesammelt, als ich dann endlich die Monetarisierung eingeschaltet habe. Sonst könnte das, glaube ich, noch mal doppelt so viel haben. Aber selbst programmieren lernen, mein zweiter erfolgreichstes Video, was bei ungefähr 600.000 Aufrufen liegt, hat schon über 4.000 Euro verdient. Das gibt einem vielleicht auch eine ungefähre Einschätzung, was größere YouTube-Kanäle so verdienen, bei denen jedes Video dann bei ungefähr 600.000 Aufrufen liegt. Vorausgesetzt, dass die ähnliche Themen behandeln. Denn das ist auf YouTube natürlich immer ganz wichtig. Je nach Kanal und Thema kann man eine andere CPM haben. Die ist hier oben angezeigt, bei mir im Durchschnitt inzwischen bei 8 Euro. Das ist der durchschnittliche Betrag, den die Werbeschaltenden, die Firmen pro 1.000 monetarisierte Aufrufe ausgeben. Die CPM schwankt sehr stark nach Thema, denn nicht jedes Thema, nicht jeder Werbemarkt ist gleich kompetitiv, gleich begehrt. Wenn ich zum Beispiel einen YouTube-Kanal im Finanzbereich habe und nur Finanzvideos mache, da scheint sich Werbung besonders gut zu lohnen. Deswegen sind die Werbetreibenden bereit, besonders viel zu bezahlen. Und da kann man dann durchaus mal die doppelte CPM haben. Habe ich mir sagen lassen, dass da 15, 16 Euro durchaus drin sind. Andersrum haben zum Beispiel reine Entertainment-Kanäle, oder sagen wir Kanäle, die Content speziell für Kinder machen, oder sagen wir Kanäle, die Content ausdrücklich für Erwachsene machen, all diese Themen haben, egal wie groß der Kanal ist, wahrscheinlich eine deutlich niedrigere CPM. Das muss man sich mal klar machen. Man kann also einen YouTube-Kanal haben, der viermal so groß ist wie ein anderer, aber wenn der nur ein Viertel der CPM hat, themenbedingt, dann verdient der letztlich genau das Gleiche. Außerdem muss man immer eben auch gucken, wie viele Aufrufe hat der wirklich. Es reicht nicht, viele Abonnenten zu haben. Es gibt Kanäle mit 100.000 Abonnenten, die aber nur relativ wenig Aufrufe auf jedem Video haben. Da hatte ich immer relativ viel Glück, muss ich sagen. Meine Abonnenten, ihr seid da immer sehr treue Zuschauer gewesen, Qualitätsabonnenten, wie ich immer sage. Und ich hatte von Anfang an schon teilweise mehr Aufrufe als Kanäle, die drei bis viermal so viele Abonnenten haben. In diesen Revenue Analytics hier sieht man außerdem noch, woher das Geld jeweils kommt. Und da zeigt sich sofort, die überwältigende Mehrheit kommt wirklich aus diesen klassischen YouTube-Ads. Ein kleiner Teil hier, 462 Euro, stammt von YouTube-Premium-Kunden und ein noch kleinerer Teil aus Transaktionen, also Spenden, die ihr netterweise im Livestream gemacht habt. Das ist jetzt hier im Verhältnis natürlich wirklich noch nicht besonders viel. Kommt auch, glaube ich, alles quasi aus einem Livestream, nämlich dem 50.000 Abonnenten-Livestream. Ich habe das Geld auch vollständig weitergereicht an Leaches, weil ich in dem Stream ein Schachturnier auf Leaches veranstaltet hatte. Aber das kann natürlich auch ganz anders aussehen. Es gibt durchaus YouTuber, die viel mehr Streamer als Videomacher eigentlich sind. Die streamen dann vielleicht jeden Tag. Ich streame im Moment ungefähr einmal im Monat. Habe das immer vor, das mehr zu machen und werde auch irgendwann vielleicht mal YouTube-Kanal-Mitglied schaffen oder Twitch-Abos oder so einführen, um da nochmal ein bisschen was rauszuholen, damit sich das auch für mich lohnt. Aber im Moment bin ich halt einfach Videomacher und entsprechend verdiene ich da mein Geld. Wenn man hier aber richtig noch weiter ins Detail gehen will, dann gibt es eine sehr coole Sache, nämlich den Advanced Mode. Hier kann man alle möglichen Metriken wirklich sehr detailliert untersuchen. Standardmäßig sehen wir hier die Videoaufrufe. Hier einmal ganz groß die Lernmethode in blau. Dann haben wir hier wahrscheinlich genau mein erstes Cambridge-Video, der härteste Studiengang der Welt. Und wir sehen gar nicht so der große Spike, aber konstant ziemlich weit oben immer dabei das Programmieren lernen. Wenn wir hier mal auf Total gehen, dann ist das auch sehr schön. Wir sehen, ich habe den Kanal Anfang Juni gestartet, 940 Aufrufe gleich am ersten Tag, weil ich fleißig Werbung gemacht habe bei meinen ehemaligen Kommilitonen und allen meinen Freunden auf Facebook und so weiter. Und dann ist es immer so vor sich hingegangen. Teilweise nur 40 Aufrufe am Tag, immer weiter stetig leichte Fortschritte, hunderte, irgendwann tausend Aufrufe pro Tag. Und dann ist es plötzlich explodiert. Das erste Video, das viral gegangen ist, war damals die Lernmethode. Und wir sehen, ab da gab es ganz viele Spikes und hat sich jetzt hier irgendwo eingependelt bei im Moment so 7 bis sagen wir 10.000 Aufrufen pro Tag. Je nach Video und Viralität kann das natürlich auch mal deutlich mehr sein. Man kann hier jetzt wirklich sehr viel analysieren und vergleichen. Wir können hier eine weitere Metrik hinzufügen. Und das geht über Watchtime und Views, Impressions, YouTube Premium Statistiken, ganz, ganz viele Details zur Revenue, YouTube-Mitgliedschaften, was ich im Moment noch nicht habe, Interaktionen, wie viele Abonnenten habe ich dazu bekommen, wie viele Abonnenten habe ich verloren, wie viele Likes, wie viele Dislikes, wie viele Shares, Kommentare, Klicks auf die einzelnen Elemente im Endscreen. All das kann man sehr, sehr, sehr genau untersuchen. Da bietet YouTube wirklich tolle Tools. Und wenn euch irgendwas davon mehr interessiert, heute soll es ja vor allem um Geld gehen, dann können wir gerne zum Beispiel mal eine Livestream-Session machen. Da sagt ihr mir dann, wo ich klicken soll und was ihr gerne sehen würdet. Ich stelle hier jetzt mal ein Revenue, damit wir mal sehen können im Vergleich. Und da sehen wir jetzt, wenn das End nicht geladen hat, auch, dass ich da noch etwas an Geld liegen lassen habe. Denn hier gab es schon den großen Spike, der 70.000 Views pro Tag fasst durch das Lernmethoden-Video. Und habe dann leider erst relativ spät die Monetarisierung eingestellt. Aber seitdem kann man auch sehen, dass natürlich Aufrufe und Monetarisierung ganz, ganz stark korrelieren. Aber was ich noch ganz spannend finde, wenn wir hier zum Beispiel gucken, das ist jetzt sortiert nach Aufrufen, dann sehen wir hier aber gewisse Unregelmäßigkeiten in der Revenue. Zum Beispiel haben wir hier 357 Euro verdient bei 130.000 Aufrufen, aber 590 Euro verdient bei nur 120.000 Aufrufen. Ganz einfach deshalb, weil Top 10 der größten Fehler im Studium sich dann doch besser an die Firmen für ihre Werbung verkaufen lässt, als Sex, Drogen und Lateinstudenten neben einer Elite-Uni. Das war, glaube ich, sogar teilweise eingeschränkt in der Monetarisierung. In jedem Fall, wenn man solche eher kontroversen Themen oder bestimmte Schlüsselwörter im Titel hat, dann kann es natürlich durchaus sein, dass man deutlich weniger oder sogar gar kein Geld mit einem solchen Video verdient. Für mich ist es kein Drama, weil ich ja noch einen anderen Job habe und YouTube nicht als Haupteinkommensquelle. Aber viele der großen YouTuber, die es hauptberuflich machen, Leute beschäftigen, viele Rechnungen zu zahlen haben, für die sind das natürlich immer ganz wichtige Fragen, wie gut kann ich dieses Thema monetarisieren, was ist werbefreundlich und was nicht. In jedem Fall können wir hier sehen, dass ich mit so einem durchschnittlichen Video einige hundert Euro verdiene. Wenn es mal richtig viral geht, dann können es auch einige tausend Euro sein. Mit einem Livestream verdiene ich zurzeit nicht so viel, die sehen wir hier alle eher weit unten angesiedelt, beziehungsweise mit Ausnahme des 50.000 Abonnenten-Livestreams, da wurde wie gesagt viel gespendet. Es sei natürlich auch noch gesagt, dass das alles zwar keinesfalls passives Einkommen ist, aber Einkommen, das über die Zeit gestreckt wird und diese Videos natürlich immer weiter Revenue generieren können. Das heißt, wenn man ein neues Video einstellt, dann kriegt man eben nicht ein paar hundert Euro auf einmal, sondern über die Lebensdauer des Videos kann das immer weiter Revenue generieren. Und es kann manchmal sogar sein, dass das Video plötzlich richtig abgeht. Wir können ja hier mal uns die Lernmethode angucken. Da sehen wir hoffentlich die Anzahl der Aufrufe. Die ist hier ganz lange bei Null, weil ich das Video noch nicht veröffentlicht habe. Aber wir sehen am, ich glaube, 3. September 590 Aufrufe. Da war das Video schon auf YouTube und hat so, naja, 100, 150, 200 Aufrufe pro Tag bekommen. Und dann erst mehrere Wochen später, am besagten 23. September, ging es plötzlich los auf 44.000 Aufrufe an einem einzigen Tag. Es wurde auf der YouTube Startseite vorgeschlagen, ist seitdem natürlich wieder deutlich runtergegangen. Aber dennoch durchaus ein Video, das weiterhin sehr viel geklickt wird. Und ihr kennt das alle, dass manchmal YouTube plötzlich sogar jahrealte Videos herauskramt, weil der Algorithmus plötzlich beschlossen hat, dass wir alle es unbedingt sehen müssen. Das waren meine YouTube-Einnahmen soweit. Genauer gesagt, meine Google AdSense-Einnahmen. Knapp 20.000 Euro und damit leider doch noch nicht ganz auf dem Niveau eines Beamtengehalts. Aber in einigen Monaten, wo ich richtig Gas gegeben habe, eben schon. Und in jedem Fall, wie ich finde, ein sagenhafter Return of Investment von so einem neuen YouTube-Kanal im ersten Jahr. Zumal, wenn man bedenkt, wie skalierbar das Ganze ist, also wie viel Luft nach oben da noch bei gleichem Aufwand sein kann. Und natürlich, wenn man bedenkt, wie viel Spaß es macht, diese Videos zu drehen. Finanziell kommt da sowieso, wie gesagt, noch einiges hinzu. Natürlich Sponsorings, Amazon-Affiliate-Marketing und indirekte Kanaleinnahmen, wie zum Beispiel bezahlte Vorträge, zu denen ich dank meines Kanals eingeladen werde. Das muss ich eh alles noch ganz genau aufschreiben. Alle Einnahmen und Ausgaben dieses Jahr für meine erste YouTube-Steuererklärung. Und was das Finanzamt wissen darf, das dürft ihr auch gerne wissen. Kann ich also gerne nochmal in einem Video alles ganz genau darlegen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Und schreibt gerne generell mal ein paar Themenvorschläge, was ich sonst noch so für Videos machen soll. Denn ich möchte das Tempo jetzt wieder ein bisschen anziehen. Und über den Sommer gerne mindestens ein Video pro Woche herausbringen. Denn wir haben ja gesehen, es lohnt sich. Und wenn ihr euch mit mir vernetzen wollt, dann tut das gerne auf LinkedIn, Xing, Instagram. Ich freue mich über jede nette Nachricht. Macht es gut und bis zum nächsten Video. und bis zum nächsten Video.